Wie groß ist euer Lager? Hallihallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Die heutige Frage ist, wie groß ist euer Lager? Aktuell haben wir eine Lagerfläche von ca. 1500 Quadratmeter. Das teilt sich auf in mehrere Bereiche. Es gibt einen Kleinteilebereich. In diesem Kleinteilebereich findet man Endstufen, Mikrofone, Ersatzleuchtmittel, Kabel, Klebemittel wie Gaffer-Tape usw. Wir haben einen Hochregalbereich. Da sind es aktuell ca. 550 Palettenstellplätze. Da sind eingelagert Scheinwerfer, Lautsprecher, LED-Wände. Dann geht es weiter. Es gibt eine Elektrowerkstatt, eine Schraderei, eine Aufbereitung, ein Planungsbüro. Wir haben noch zwei Büros, wo die Verwaltung drin stattfindet. Genau, ich hoffe, ich habe die Frage soweit beantwortet. Ich freue mich über weitere Fragen. Ich freue mich über jeden Like, wenn er uns folgt und wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Bernd. Tschüss.